Seid ihr bereit? Ja, tun sie es. Okay, es geht los. Was ist los? Sollte nicht irgendetwas passieren? Ja, eigentlich schon. Das blöde Ding spinnt. Da zahlt man eine Milliarde für eine neue Waffe und die funktioniert nicht einmal. Was für eine Abzocke. Was machen wir jetzt? Wir müssen so schnell wie möglich nach Sibirien. Nur so können wir die Kinder retten. Wie sollen wir da hinkommen? Alfred hat alle meine Schlüssel. Betsy auch, außer die von dem Jet. Los geht's. Retten wir die Kinder. Also funktioniert das Ding nicht? Nein, das siehst du doch. Haben sie noch den Kassenzettel? Dann können wir es zurückgeben. Das ist eine geheime Waffe. Dafür gibt es einen kleinen Kassenzettel. Sie haben 14 Tage Rückgabe recht. Das ist ein Jet? Ja, wieso? Ich dachte, wir wollen unentdeckt bleiben. Du weißt schon unter dem Radar fliegen. So macht es mehr Spaß. Okay, steigen wir ein. Ja, hallo. Dimitri hier. Dimitri, was hast du mir für ein Blödsinn verkauft? Was meinst du? Na, die Waffe. Sie funktioniert nicht. Natürlich funktioniert sie. Wahrscheinlich bist du nur zu blöd. Ich habe sie gerade getestet. Sie funktioniert nicht. Ich will mein Geld zurück. Geld-Zurück-Garantie gibt es bei uns nicht. Hast du die Maschine überhaupt aufgeladen? Wie aufgeladen? Sie muss zwei Stunden geladen werden, bevor du sie benutzt. Das habe ich dir doch gesagt. Ach so, das habe ich vergessen. Natürlich funktioniert sie dann nicht. Okay, ich lade sie auf und melde mich wieder. Können wir wieder gehen? Ich will nach Hause. Nein, ihr bleibt hier, solange wie wir es euch sagen. Mein Papa wird herkommen und dich verprügeln. Darauf kannst du lange warten, Lisa. Martin und Marie sind schon längst tot. Das ist nicht wahr. Was hat Dimitri gesagt, Boss? Wir müssen die Maschine für zwei Stunden aufladen. Danach können wir sie benutzen. Okay, fangen wir gleich an. Genießt eure letzten zwei Stunden, Lisa und Samuel. Wie lange brauchen wir noch? In zwei Stunden sind wir da. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wenn ich Betsy in die Finger kriege, dann ist heute ihr letzter Tag. Mit Alfred habe ich auch ein Hühnchen zu rupfen. Er hat mich jahrelang angelogen. Damit kommt er nicht durch. Betsy auch. Dafür wird sie bezahlen. Samuel, wir müssen uns etwas überlegen. Wie wir herauskommen. Wie soll das funktionieren? Die sind viel stärker als wir. Die haben keine Chance. Du weißt doch, was Herr Kunze immer sagt. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du hast recht. Wir müssen es wenigstens probieren. Hast du das gesehen? Nein, was ist los? Da ist gerade ein pinker Jet vorbeigeflogen. Ein pinker Jet? Ich glaube, du bildest dir das nur ein. Nein, ich habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Okay, wie du meinst. Wir müssen sofort dem Boss Bescheid geben. Was willst du? Ihr sollt nur im Notfall anrufen. Boss, das ist ein Notfall. An uns ist ein pinker Jet vorbeigeflogen. Seid ihr euch sicher? Ja, Boss, ganz sicher. Welcher Idiot fliegt einen pinken Jet? Wir wissen es nicht. Sollen wir die Raketen feuern? Ja, ruf mich an, wenn der Jet getroffen wurde. Okay, Boss, machen wir. Sascha, aktivier die Raketen. Raketen werden aktiviert. Was bedeutet dieses Geräusch? Wir werden von Raketen gejagt. Wir müssen sie abhängen. Halt dich fest, Liebling. Hier ist etwas Essen für dich, mein Kleiner. Ich will nichts essen. Bist du dir sicher? Vielleicht ist es deine letzte Mahlzeit. Das Essen kannst du selber haben. Vielleicht wirst du dann noch fetter. Was hast du gerade gesagt? Du hast mich schon verstanden, Dickerchen. Na, warte. Dafür bestraf ich dich. Warte kurz. Das war nicht so gemeint. Ich will eine Entschuldigung. Du hast meine Gefühle verletzt. Entschuldigung, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Entschuldigung, angenommen. Sollten hier nicht eigentlich zwei von euch sein? Kennst du schon den Spruch, alles Gute kommt von oben? Nein, noch nie gehört. Wieso? Jetzt. Lisa, Attacke. Jetzt, Samuel. Tu es. Hilfe. Ich kann nichts sehen. Das ist für dich, Fetzu. Das war echt knapp. Freu dich nicht zu früh, Martin. Hinter uns sind noch zwei weitere Raketen. Ach, du heilige Makrele. Du schaffst das, Marie. Nur noch eine Rakete. Ja, ich schaffe das. Aber die letzte Rakete ist die größte. Wir wurden getroffen. Wieso bist du nicht ausgewichen? Das ist schwieriger, als es aussieht. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Schleudersitz aktivieren. Den was? Den Schleudersitz. Gut gemacht, Samuel. Jetzt können wir von hier verschwinden. Niemand legt sich mit uns an. Gehen wir lieber, bevor der Nächste kommt. Soll er halt kommen. Die haben keine Chance gegen mich. Okay, Samuel. Wir sollten trotzdem verschwinden. Ja, du hast recht. Gehen wir. Du, Svetlana. Ja, Alfred. Ich wollte dir etwas fragen. Was denn? Wenn das hier vorbei ist. Wollen wir mal zusammen rausgehen? Ihr geht, nein. Okay. Da vorne ist der Stützpunkt. Wir können dort landen. Danach befreien wir die Kinder. Aber da sind bestimmt hunderte bewaffnete Männer. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Bist du dir sicher? Nein, aber es ist unsere einzige Chance. Okay, ich bin dabei. Zieh den Fallschirm, Martin. Habt ihr es geschafft? Oder muss ich euch in den Bunker stecken? Ja, Boss. Der Jet wurde getroffen. Den Absturz kann man nicht überleben. Bist du dir sicher? Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Ja, Boss. Zu 100% sicher. Okay, ich vertraue euch. Aber wenn ihr falsch liegt, kommt ihr in den Bunker. Okay, Boss. Wir gehen zum Wrack vom Flugzeug. Ich melde mich von dort aus. Sicher ist sicher. Okay, ich erwarte deinen Anruf. Da vorne ist der Stützpunkt. Da müssen Wladimir und die Kinder sein. Hast du deine Waffe dabei? Ich glaube, die habe ich zu Hause vergessen. Du bist echt unprofessionell. Na schön, dann muss eine Waffe reichen. Du weißt, was das heißt, oder? Was denn? Wir dürfen keine Fehler machen. Egal, was passiert. Wo zum Teufel sind wir? Da muss irgendeine alte Fabrik sein. Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Hier sind bestimmt überall Wachmänner. So weit habe ich auch nicht gedacht. Draußen hat es außerdem minus 20 Grad. Da überleben wir nicht lange. Was sollen wir stattdessen tun? Wir müssen uns verstecken. Mama und Papa sind bestimmt auf dem Weg zu uns. Okay, niemand darf uns sehen. Hey, ihr da. Bleibt sofort stehen. Ihr habt Igor reingelegt. Dafür wird Igor euch bestrafen. Schnell, Samuel. Lauf. Ihr sollt stehen bleiben, habe ich gesagt. Oh Mann, mein Rücken. Igor ist auch nicht mehr der Jüngste. Da unten sind sie. Wir müssen uns unauffällig verhalten, Martin. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Sicher? Normalerweise bist du ziemlich laut. Wirklich? Siehst du, was ich meine? Ja, tut mir leid. Versuch einfach so leid, wie möglich zu sein. Okay, ich gebe mein Bestes. Boss, wir haben ein Problem. Was ist los? Hast du wieder die Toilette verstopft? Nein, wir haben ein anderes Problem. Du wirst dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Nicht dafür, sie zu verursachen. Tut mir leid, Boss. Was ist passiert? Rück schon raus mit der Sprache. Die Kinder haben mich überwältigt. Sie sind abgehauen. Wie konnte das passieren? Du wächst über 100 Kilo. Sie haben mich überwältigt. Einer von ihnen hat mich sogar getreten. Oh nein. Geht es dir gut? Naja, mein Knie tut etwas weh. Das war keine ernst gemeinte Frage. Geh und finde die beiden. Ansonsten teste ich die Waffe an dir. Zwei Stunden sind rum. Die Waffe müsste wieder funktionieren. Lass uns zu Vladimir gehen. Dann können wir die Waffe endlich an Lisa und Samuel testen. Lass meine Kinder aus dem Spiel, Betsy. Marie, was machst du denn hier? Du hast mich belogen und betrogen. Das werde ich dir heimzahlen. Bist du es, Alfred? Wenn das überhaupt ein richtiger Name ist? Der Name ist korrekt, Martin. Ich habe dir vertraut. Du warst wie ein Bruder für mich. Wie ein Bruder? Du hast mich deine Unterhose waschen lassen und ich musste mit deinem Hund Gassi gehen. Lass meine Familie aus dem Spiel. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du einen Schönheitschirurgen, Betsy. Ihr seid wirklich putzig. Martin und Marie, das Traumpaar. Ihr seid zu spät. Die Waffe ist geladen und wird gleich an euren Kindern getestet. Das wagst du nicht. Bis später, Marie und Martin. Oh nein, wir sind wieder in dem Raum mit der Waffe. Das Ding ist wie ein Labyrinth. Hier kann man sich nur verlaufen. Was sollen wir jetzt tun? Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Ich werde die Waffe sabotieren. Viel Spaß mit deiner Waffe, Wladimir. Da seid ihr ja, ihr Reuzlöffel. Ihr kommt jetzt mit. Ja, Igor, was gibt es? Boss, ich habe die beiden gefunden. Gut gemacht. Wo seid ihr? Unten, bei der Waffe. Perfekt, sie müsste jetzt geladen sein. Dann können wir sie gleich testen. Okay, ich warte hier auf sie. Rein da mit euch, und zwar sofort. Das bekommt ihr, wenn ihr euch mit Igor anlegt. Achtung, der Waffentest beginnt in fünf Minuten. Sehr gut, es geht los. Hast du das gehört, Marie? In fünf Minuten kannst du deinen Kindern auf Wiedersehen sagen. Ich ziehe dich mit ins Grab. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sieh es endlich ein. Du hast verloren. Wie kannst du das nur tun, Alfred? Für Lisa bist du wie ein zweiter Vater. Das hat sie mir gesagt. Hat sie das wirklich gesagt? Ja. Sie fragt immer, wann wir Onkel Alfred besuchen. Sie hat es nicht verdient, zu sterben. Werde jetzt nicht schwach, Alfred. Er lügt dich nur an. Alle hassen dich. Das stimmt nicht. Du bist in unserer Familie immer willkommen. Es ist noch nicht zu spät, Alfred. Du kannst dich für die gute Seite entscheiden. Was machst du da, Alfred? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, oder? Bist du wirklich so blöd? Ich mochte dich noch nie, Betsy. Nimm das. Danke, Alfred. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Die Kinder sind in dieser Richtung. Aber ihr müsst euch beeilen. Ihr habt nicht viel Zeit. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich halte die Stellung, falls sie Verstärkung schicken. Danke, Alfred. Das ist für meine Tochter. Gut gemacht, Igor. Danke, Boss. Jetzt können wir endlich die Waffe testen. Legen wir los. Niemand testet hier irgendetwas. Das Agenten-Ehepaar. Ihr kommt gerade rechtzeitig für die Show. Welche Show? Du willst deine Kinder beschützen? Dann testen wir die Waffe an euch. Mach doch. Ich halte das aus. Marie, das ist keine gute Idee. Wir haben keine andere Wahl. Geht alle einen Schritt zurück. Na los. Zeig, was du drauf hast. Ganz wie du willst. Es geht los. Halt euch gut fest, Kinder. Martin, was machst du da? Hör auf zu heulen. Worauf wartest du? Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Macht es gut, Familie Peters. Wow, Boss. Das sieht wirklich gefährlich aus. Ja, aber irgendwie kann ich nicht schießen. Irgendetwas ist kaputt. Hat sich das Ring gerade gedreht? Drehen Sie es bitte wieder zurück. Eigentlich sollte das nicht passieren. Boss, was passiert hier? Oh, oh. Wie ist das passiert? Samuel hat die Waffe kaputt gemacht. Gut gemacht, Samuel. Du hast unser Leben gerettet. Martin, wir haben überlebt. Martin, wir haben überlebt. Du kannst aufhören zu weinen. Oh, ach so. Okay. Gehen wir nach Hause. Ich glaube, wir könnten alle einen Urlaub vertragen. Was denkt ihr? Ich will nach Bali. Okay, unsere nächste Reise geht nach Bali. Frage an euch. Wer tritt Igor? A. Lisa B. Samuel Oder C. Martin Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.